Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video sprechen wir über wichtige Makrodaten, wir analysieren die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Wir beginnen das heutige Video mit einigen Grafiken und Makrodaten, blicken zuerst auf Smart Money vs. Stam Money. Wir sehen hier vor allen Dingen bei den institutionellen Anlegern aktuell sehr wenig Reaktion auf das Marktverhalten. Die gehen seitwärts, ähnlich wie der Markt könnte man sagen, während die Kleinanleger aktuell aber einen ordentlichen Impuls nach oben zeigen und das finde ich durchaus interessant, weil wir normalerweise ja sehen, dass die Kleinanleger eher bei steigenden Kursen zuversichtlich werden. Aktuell jetzt in dieser Seitwärtsphase und das ist eine Entwicklung, die wir jetzt in den kommenden Tagen mal ganz genau beobachten. Heute gab es die Inflationsdaten, die sind etwas heißer reingekommen, als es der Markt antizipiert hat, sprechen wir natürlich gleich im Detail drüber und das birgt natürlich jetzt gerade dann auch im Vorfeld der morgigen EZB-Sitzung und der FED-Sitzung nächste Woche durchaus wieder gewisse Risiken. Vor allen Dingen, solange wir sehen, dass ein wichtiger Inflationstreiber nach wie vor so stark unterwegs ist. Aktuell gemeint ist natürlich der Ölpreis, der seit Juli um deutlich mehr als 30 Prozent angestiegen ist. Und hier in der Grafik sehen wir, dass der Hand in Hand geht mit der Inflationserwartung in den Vereinigten Staaten mit den US-10-Year-Break-Even-Rates und das müssen wir jetzt ganz klar in den kommenden Wochen und Monaten beobachten, weil das natürlich auch bedeutet höhere Inflationserwartung. Das treibt natürlich auch den Dollar an und das war ja aktuell auch in den vergangenen Wochen ein sehr großer Gegenspieler, nicht nur für die Aktienmärkte, sondern auch für den Goldpreis und natürlich auch für die Kryptomärkte. Weiterhin gilt ganz klar die Augen auf den Ölpreis. Aber nicht nur die Headline-Inflation, in die die Lebensmittelpreise und die Energiekosten ja mit eingerechnet sind, steht im Fokus, sondern natürlich auch ganz klar die Kernrate. Und das ist eine interessante Grafik, eine Projektion von Goldman Sachs und die gehen durchaus davon aus, dass sich die Kernrate jetzt im Monatsvergleich in den kommenden Monaten um bis zu 0,3 Prozent beschleunigen wird. Eine Entwicklung, die wir ja heute bereits gesehen haben und die der Markt gar nicht so verschnupft aufgenommen hat, wie man es zuerst meinen hätte können. Und wir sehen hier möglicherweise auch warum, weil übergeordnet, solange es bei nur 0,3 Prozent bleibt im Monatsvergleich, sehen wir dennoch im Jahresvergleich prognostiziert bis 2024 fallende Kernrate eben im Jahresvergleich, sogar mit einer Prognose von 3 Prozent Ende 2024 und das ist übergeordnet dann durchaus eine positive Entwicklung. Was wir nicht sehen dürfen, meines Erachtens wäre eine Kernrate, die sich im Monat um mehr als 0,4 Prozent beschleunigt. Und so kritisch ist das ganze Thema, weil sich die Märkte eben aktuell so stark vom Anleihenmarkt, insbesondere so stark von den Zinsen abgekoppelt haben. Wir sehen hier das erwartete KGV auf den S&P 500, die helle Linie und wie stark sich das hier entkoppelt hat von der Realverzinsung der zehnjährigen Staatsanleihe und das ist eben die große Problematik. Falls wir jetzt sehen, dass die Inflation doch länger klebrig bleibt, dann muss man wieder einkalkulieren, dass die FED eben möglicherweise doch übergeordnet deutlich länger die Zinsen oben lassen könnte und dann muss man sich am Markt natürlich ganz klar die Bewertungsfrage stellen und wird vermutlich zum Ergebnis kommen, dass man eben aktuell für tatsächlich andauernd hohe Zinsen definitiv etwas zu hoch bewertet ist. Habt das also ganz klar im Hinterkopf. Das große Problem ist, dass der Anleihenmarkt eben aktuell knallhart einpreist, dass die Zinsen sehr lange sehr hoch bleiben werden. Und falls sich das bewahrheiten könnte, dass der Anleihenmarkt hier möglicherweise auf der richtigen Fährte ist, stellt sich am Aktienmarkt ganz klar die Bewertungsfrage. Jetzt schließen wir das Thema Inflation ab und schauen mal den großen Marktteilnehmern auf die Finger, wie die aktuell positioniert sind und das finde ich aktuell sehr, sehr interessant. Wir fangen an mit den CTAs, den Algorithmen und da sehen wir mal eine langfristige Grafik von deren Aktienpositionierung. Die geht zurück bis 2015. Also die Bewegungen hier sind dann auch durchaus aussagekräftig. Und schaut euch mal an, wie die jetzt gerade zuletzt von der Klippe gestürzt sind. Die waren sehr stark long positioniert. Keine Frage, sind jetzt aber in den letzten Wochen hier extrem abgestürzt, haben nahezu ihre komplette Positionierung abverkauft und sind jetzt sogar im neutralen Bereich positioniert. Aktuell ist es wirklich unglaublich, wie stark hier die Algorithmen abverkauft haben. Wir sehen auch die interessante Beschreibung von dieser Grafik. Falls es jetzt hier zu einer Aufwärtsbewegung kommen sollte, und das ist wichtig, die Algorithmen kaufen nicht einfach nur so, die kaufen in der Regel in bestehende Trends hinein. Also es muss schon zuerst zu einer Aufwärtsbewegung kommen. Sollte diese Aufwärtsbewegung aber kommen, haben die Algorithmen hier ordentlichen Bedarf wieder hinterher zu springen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und wir kommen zu einem weiteren Thema, was eine potenzielle Aufwärtsbewegung durchaus beschleunigen könnte. Wir kommen zur Positionierung am Markt aktuell. Hier erstmal von allen Marktteilnehmern. Und da achten wir bitte mal insbesondere auf die rote Linie. Und da sehen wir sehr starke Short-Aktivitäten. Gerade in den letzten vier Wochen hat man hier wirklich im hohen Maße sich abgesichert gegen fallende Kurse. Und die nächste Grafik, die ich euch jetzt zeige, die finde ich sogar noch beeindruckender. Und sie trägt den verheißungsvollen Titel, der Chart, der die Bären nachts wach hält. Und muss man wirklich sagen, das ist schon wirklich beeindruckend, wie stark hier die Short-Positionierung vor allen Dingen übergeordnet mit der weißen Linie in den letzten Monaten insgesamt zugenommen hat, trotz steigender Märkte. Und was wirklich extrem ist, wie dramatisch die Short-Positionierung jetzt gerade in den letzten vier Wochen zugenommen hat. Es war die stärkste Absicherungsaktivität in den letzten sechs Monaten. Und wir sind jetzt in der 93. Perzentile in den letzten fünf Jahren, was die aktuelle Short-Positionierung der Hedgefonds angeht. Man kann wirklich sagen, im Lager der Hedgefonds ist man hier all in auf der Short-Seite. Und das ist ganz wichtig jetzt. Das ist kein sofortiges Kaufsignal für den Markt, weil die natürlich jetzt erstmal in ihren Short-Positionen drin sitzen. Und falls der Markt fallen sollte, haben die natürlich auch alles richtig gemacht. Aber genau wie bei den CTAs, die eben reinspringen, wenn der Aufwärtstrend mal intakt ist, haben wir hier natürlich einen absoluten Katalysator für eine potenzielle Aufwärtsbewegung, nämlich Hedgefonds, die dann im großen Stil ihre Short-Positionen entsprechend eindecken müssten. Und dabei als Käufer auftreten müssen im Markt und das ist uns dann natürlich bekannt als Short-Squeeze. Was wir hier sehen, ist auch interessant und zwar das Call-Volumen hat drastisch abgenommen seit dem Juli-Top, ist jetzt hier auch im negativen Bereich angekommen. Ich möchte jetzt noch nicht sagen, dass hier demnach wirklich alles auf der Short-Seite sitzt. Wir sehen, dass die Hedgefonds sehr stark Short-Positioniert sind. Es gibt natürlich auch noch viele Marktteilnehmer, die auf der Long-Seite unterwegs sind. Aber was man definitiv nicht mehr sagen kann zum jetzigen Zeitpunkt, dass wirklich alle komplett auf der Long-Seite sitzen. Wenn dann müsste man möglicherweise sogar davon sagen, dass das Boot langsam aber sicher etwas Schlagseite kriegt zur Short-Seite. Und damit kommen wir zum Wirtschaftskalender und schauen natürlich auf die heutigen Inflationsdaten, aber auch auf den wichtigen Rest der Woche. Wir haben die Verbraucherpreise heute entsprechend etwas heißer reinbekommen, als sie der Markt antizipiert hatte. Insbesondere der Verbraucherpreisindex in der Kernrate ist wie gesagt im Monatsvergleich um 0,3% angestiegen anstelle der antizipierten 0,2% im Jahresvergleich. Allerdings stehen wir nach wie vor bei 4,3% Kernrate. Die Breite, also die Headline-Inflation ist reingekommen im Monatsvergleich mit den erwarteten 0,6%. Die steht jetzt allerdings im Jahresvergleich bei 3,7% anstelle der antizipierten 3,6%. Das heißt, wir sehen minimale Abweichungen nach oben. Rohöl-Lagerbestände waren etwas höher als antizipiert. Und dann lassen wir uns mal darauf achten, ob das möglicherweise reicht für einen Dip beim Ölpreis. Den schauen wir uns gleich noch kurz an bei den Live-Chats. Morgen, ganz wichtig, EZB-Zinsentscheidung um 14.15 Uhr und danach natürlich auch die Pressekonferenz von Christine Lagarde. Und dann um 14.30 Uhr gibt es morgen einmal die Einzelhandelsumsätze aus den Vereinigten Staaten. Wichtiger Konjunkturindikator natürlich, aber dann auch vor allen Dingen um 14.30 Uhr die Erzeugerpreise und die gelten natürlich als klarer Frühindikator für die Verbraucherpreise. Und da muss man auch sagen, da rechnet der Markt durchaus mit einer gewissen Beschleunigung, vor allen Dingen hier im Jahresvergleich dann durchaus mit 1,2 Prozent und im Monatsvergleich mit 0,4 Prozent. Also auch hier eine etwas stärkere Beschleunigung zum Vormonat bereits erwartet. Am Freitag gibt es dann nochmal eine Rede von Christine Lagarde und vergesst auch nicht, nächsten Mittwoch ist dann die wichtige FED-Sitzung, Zinsentscheid der FED und natürlich auch die wichtige Pressekonferenz. Und bitte noch zwei weitere Termine für diese Woche auf dem Schirm behalten. Morgen ist der Arm IPO und die Aktie kommt mit einer durchaus hohen Marktkapitalisierung an die Börse und das könnte natürlich auch von anderen Aktien etwas Liquidität abziehen. Macht euch da mal auf eine gewisse Volatilität morgen gefasst, insbesondere auch, weil es der Tag ist vom großen Verfallstag, vom Quadruple Witching Day, vom Hexensabbat am Freitag, an dem dann Optionen und Futures verfallen aus allen vier wichtigen Kategorien. Darüber sprechen wir aber dann gerade auch nochmal morgen im Video. Damit kommen wir zur Marktanalyse und beginnen mit WTI Crude Oil und da sehen wir heute vor allen Dingen eine interessante Tageskerze und hier wird es vor allen Dingen spannend, wo diese Tageskerze schließen wird. Wenn diese heutige Tageskerze am Tief der Kerze schließt, dann haben wir hier potenziell den ersten Teil eines sogenannten Shooting Stars und da müssen wir morgen ganz genau schauen, ob es dann hier bärisches Follow-Through gibt. Deswegen packt euch hier aktuell schon mal Preissalarme in den Bereich von deutlich unter 88 US-Dollar, 87,50. Dann brechen wir wieder unter diesen Widerstand in unserem aufsteigenden Dreieck und dann entsprechend eben auch unter diese Aufwärtstrendlinie. Dann könnte das durchaus hier der Beginn sein, potenziell natürlich von einem etwas größeren Pullback mal für den Ölpreis. Den Bereich um 85 US-Dollar, den müssen wir allerdings ganz klar als potenziellen Support auf dem Schirm haben, vor allen Dingen aus dem Jahr 2021. Sehr, sehr kritischer Widerstand. Hier würden wir dann übergeordnet auch erst den Breakout überhaupt backtesten und wenn wir hier Support sehen, müsste man sich sogar nochmal möglicherweise auf neue Hochs einstellen beim Ölpreis. Jetzt führt im Moment hier mal eine Reaktion beim Top von 89,60. Wir sind überkauft im Tageschart beim Ölpreis. Keine Frage, eine Abkühlung hier darf uns nicht verwundern. Deswegen ganz klar Preisalarm in dem Bereich von unter 87,50. Dann ist klar, dass wir jetzt hier mal diesen kurzfristigen Aufwärtstrend brechen, dass wir dann auch mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit dieses Level antesten von 85 US-Dollar. Und hier wird sich dann entscheiden, ist das das Top gewesen, wird es dann eine größere Korrektur beim Ölpreis oder geht die Rallye dann von hier nochmal direkt von vorne los. Und nicht nur den Ölpreis sehen wir hier möglicherweise mit ein bisschen Schwäche, sondern auch einen weiteren zentralen Chart, der auch eng mit dem Ölpreis verbunden ist. Natürlich ist die Rede vom US-Dollar-Index. Wir haben hier einen intakten Abwärtstrend im Chart und den beobachten wir jetzt mal ganz genau. Der würde nämlich dazu führen, dass der Dixie hier aus dem Rising Wedge nach uns hinweg bricht. Und das müssen wir ganz genau vor allen Dingen in diesem Bereich um 104,5 beobachten, ob es hier zum Breakdown kommt beim Dixie. Und das könnte dann hier durchaus auch mal eine etwas schärfere Korrektur triggern. Und das wäre dann natürlich ein Trigger, der den Märkten die Möglichkeit gibt, Aktienmärkte, Krypto und Gold ist natürlich gemarkt, hier deutlich mal auszuatmen und dann wirklich auch mal eine größere Erholungsbewegung hinzulegen. Wichtig ist aber jetzt für den Moment, wir sehen hier möglicherweise ein bisschen Schwäche im Chart beim Dixie. Aber wir haben es auch zuletzt gesehen, dass Schwäche auch durchaus in der aktuellen Phase aggressiv gekauft werden kann. Hier ist noch nichts entschieden. Allerdings durchaus hier ein erstes Indiz, wir möglicherweise vor einer Korrektur stehen könnten beim US-Dollar. Und damit kommen wir zum Bitcoin. Und damit kommen wir zum Bitcoin, den schauen wir uns hier im 4-Stunden-Chart an. Und wenn wir uns mal die Preis-Action zurück bis März, April anschauen, dann könnte man das auch als große Range betrachten. Der Support ganz klar bei 24.800. Den haben wir auch gerade in den letzten Tagen nochmal intensiv als Support getestet. Der lokale Support ist allerdings jetzt hier auch eine Stufe drüber und zwar die 25.600. Und das Top von dieser Range natürlich im Bereich knapp über 30.000, 31.000. Hier könnte sich auch möglicherweise ein Dragon-Setup anbahnen. Wir haben hier diese Rallye nochmal gesehen, dieser Impuls, der dann nochmal komplett ausverkauft wurde. Und wir sehen aber jetzt, dass sich hier möglicherweise ein Doppelboden bildet. Was aber auch wichtig ist, dass der Bitcoin sich derzeit noch sehr, sehr schwer tut, aus diesem Abwärtstrend hier auszubrechen. Und wir sehen hier auch die 200er-Linie im 4-Stunden-Chart und wir sehen durchaus, dass die hier dafür verantwortlich ist, dass wir fallende hoch sind beim Bitcoin. Ganz wichtiger Kreuzwiderstand ist hier im Bereich von 26.637 US-Dollar. Hier muss der Bitcoin ausbrechen und dann kann es hier eine ordentliche Aufwärtsbewegung geben. Der nächste wichtige Widerstand ist dann hier im Rahmen von diesen Supports. Das sind dann hier die 28.720. Und wenn er das rausnehmen sollte, hätten wir das 88er Fibonacci von diesem Setup im Bereich 29.6. Wird aber dann auch nicht ausschließen, dass man hier nach einem gewissen Pullback dann auch die 30.000 bis 31.000 angreift. Wichtig sind hier zwei Dinge. Zur Downside darf er uns jetzt nicht mehr rutschen. Meines Erachtens unter 25.600. Und nach oben müssen wir hier ganz klar die 200er-Linie im 4-Stunden-Chart rausnehmen und damit hier aus diesem Abwärtstrend ausbrechen. Und aus den 26.600. Und damit kommen wir zu den Indizes und beginnen mit dem Volatilitätsindex und der zeigt uns heute ein ordentliches Minus von 6%. Ist mir fast ein bisschen zu starke Minus, muss ich sagen, dafür, dass die Indizes nur sehr verhalten ansteigen. Das muss man ganz klar auf dem Zettel haben, vor allen Dingen auch, weil der Volatilitätsindex jetzt hier im Bereich von unserer Zielzone angekommen ist. Was allerdings definitiv eine Ansage ist, das ist die Kerze, die wir heute sehen, die nach oben nochmal alles abgeräumt hat und jetzt vor allen Dingen hier deutlich unter diesen Tageskerzen steht. Das wäre die tiefste Schlusskurse beim Wix seit dem 1. September und das müssen wir definitiv ernst nehmen. Hier ist aber auch das lokale 88er Fibonacci eben potenziell nach dieser Harmonic. Die erste Rallye im Wix, glaubt er nicht. Jetzt kommt er nochmal zurück, potenzieller Doppelboden. Und das kann dann auch durchaus der Punkt sein, wo es impulsiv nach oben geht und impulsiv nach oben beim Wix würde eben bedeuten, potenziell dann tatsächlich nochmal impulsiv nach unten bei den Indizes. Das müssen wir ganz genau beobachten. Allerdings auch ist für mich eins klar, wenn der Wix sich hier deutlich nach unten verabschieden sollte und vor allen Dingen, wenn er diese Zone nach unten durchbrechen sollte, also ein Wix von unter 12,8 würde bedeuten, meines Erachtens, dass wir nochmal einen richtigen Breakdown erleben bei der Volatilität und das würde dann den Aktienmärkten eben die Möglichkeit geben, ordentlich anzusteigen. Eins ist auch noch wichtig, wir haben hier nach wie vor eine Kurslücke beim Volatilitätsindex. Die müssen wir uns definitiv noch einzeichnen. Denn das ist die vom 1. September, da ist der Wix vom Tagestief am Freitag direkt nach oben gesprungen. Die wurde bis jetzt noch nicht geschlossen und die wäre geschlossen hier bei einem Wix von etwa 13. Und damit kommen wir zum S&P 500 und der zeigt uns potenziell aktuell den Breakout aus dem lokalen Abwärtstrend und würde dann damit hier das Dragon Setup auch entsprechend aktivieren. Dann wichtig jetzt keine Kurse mehr beim S&P 500 von unter 4.470 und dann ist das Ziel hier ganz klar zu sehen im Bereich von 4.510 bis 4.515. Hier wäre dann das 78er Fibonacci also durchaus ein Target auch für diese Harmonic Bewegung und vor allen Dingen dieser wichtige große Abwärtstrend. Klar, wenn wir hier ausbrechen, Kursziel zu suchen, dann im Bereich des großen 88er Fibonacci sind 52 Wochen hoch hier bei 4.576. Aber für den Moment erstmal ein bisschen tief stapeln hier und als Ziel die 4.500 bis 4.512 sehen, solange hier die 4.470 Punkte halten. Wichtig ist, dass eben wenn wir dann nochmal einen Wix sehen sollten, der sich aufschaukelt von hier, dass wir dann von hier herrlich ein weiteres Mal diesen Breakout als Support backtesten könnten und eben auch ein weiteres Mal die 4.440 und den Aufwärtstrend zusammen als Support testen könnten. Wichtig ist für mich ab sofort keine Tagesschlusskurse mehr von unter 4.440, weil wir dann langsamer bei sich auch mal die Frage stellen müssen, bricht uns hier der übergeordnete Aufwärtstrend Potenzial weg? Und natürlich ganz klar ein Trigger für deutlich mehr Aufwärtspotenzial ist der Breakout aus 4.500 und wenn wir dann diesen Abwärtstrend nach dem Breakout eben als Support testen würden. Wir kommen zum Nasdaq 100 und hier sehen wir ein ganz ähnliches Setup, auch den übergeordneten Doppelboden im Abwärtstrend. Hier aber noch kein Breakout aus dem Abwärtstrend. Und das kann hier durchaus jetzt mal wichtig sein für den Nasdaq. Dazu brauchen wir Kurse von deutlich über 15.400, 15.450. Was hier heute intensiv gekauft wurde, war die 200er Linie im 4-Stunden-Chart und der Widerstand ist hier dann allerdings auch zu sehen im Bereich vom 78er Fibonacci von dieser Harmonic eben auch der große Abwärtstrend beim Nasdaq 100. Das wären hier in etwa Kurse von 15.520. Hier müsste man dann ganz genau hinschauen, ob der Markt dann hier nochmal dippen sollte. Wenn es jetzt dazu kommt, dass hier noch diese Strecke läuft von 15.400 bis 15.550 und da bewertet man dann den Markt das erste Mal komplett neu. Was natürlich auch hier deutlich mehr Aufwärtspotenzial dann freischaltet, wenn wir den Breakout bekommen aus diesem roten Abwärtstrend. Dann Ziel 15.650 bis 15.770 eben das 88er Fibonacci zum 52 Wochenhoch und hier müsste man den Markt dann definitiv neu bewerten, was wir mittel- bis langfristig nicht gebrochen sehen. Wenn diese übergeordnete Aufwärtsbewegung sich fortsetzen soll, dann möchte ich den Kurs nicht mehr sehen unter diesem wichtigen Aufwärtstrend und das schiebt natürlich unsere Zielzone jetzt mit jedem Tag weiter nach oben. Ab sofort gilt beim Nasdaq keine Schlusskurse unter 15.200 und definitiv nicht mehr sehen wollen wir den Nasdaq unter 15.070 Punkte. Was er hier machen kann, wäre jetzt lokal direkt zu dippen, das wäre kein Problem. Er kann hier ausbrechen und dann von hier dippen und den Trend zu testen, das wäre auch kein Problem. Nur den Trendbruch, den wollen wir definitiv nicht sehen und deutlich mehr Aufwärtspotenzial und eben den angesprochenen Shortsqueeze setzen wir frei, wenn wir aus diesem roten Abwärtstrend hier ausbrechen. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Wir kommen zum Russell 2000 und der leidet heute etwas stärker natürlich unter der Nachrichtenlage der etwas heißeren Inflation. Wir sehen ihn auch mit einem leichten Tagesminus und da müssen wir jetzt ganz genau drauf achten. Wir haben auch heute einen Dip erlebt auf diese wichtige Supportzone von 1839 Punkte. Dieser Dip wurde aber dann durchaus schön gekauft. Wir sehen ihn aber jetzt für den Moment knapp unter unserem Aufwärtstrend und einen Support, den ich nicht gebrochen sehen möchte mit vier Stunden Schlusskursen. Und da sind wir jetzt mehr oder weniger direkt dran. Das ist hier der Bereich von 1846 Punkten. Auch müssen wir ganz klar auf dem Zettel haben, dass wir hier aus diesem Konterabwärtstrend beim Russell 2000 auch noch nicht ausgebrochen sind. Das heißt, was wir sehen müssen, sind ganz klar Kurse von über 1860 Punkten beim Russell und dann hat er ja eben, wie gesagt, potenziell deutlich mehr Aufwärtspotenzial. Ist auch aktuell der Index, den ich am engsten beobachte. Gerade auch, weil er eben diese Situation, wie viel Angst hat der Markt jetzt vor der Inflation, vor der FED, am besten meines Erachtens auch darstellt. Weil natürlich gerade die Small Caps stark leiden würden. Und wenn wir hier den großen Trendbruch erleben, dann müssen wir uns meines Erachtens auch am Gesamtmarkt nochmal auf Downside einstellen. Deswegen sehr bezeichnend. Hier der Russell 2000 ist wirklich am Support. Was wir ungern sehen jetzt, ab sofort sind Schlusskurse im Vier-Stunden-Chart von unter 1846. Und was es wirklich definitiv zu vermeiden gilt, sind Kurse beim Russell hier von tiefestens unter 1830. Wir kommen zum deutschen Aktienindex und das können wir sehr schnell abhaken. Der ist unter den 15.700 aktuell. Da müssen wir definitiv drüber, um hier bullische Tendenzen zu zeigen. Wir müssen auch aus dem Abwärtstrend ausbrechen und vor allen Dingen dann aus den 15.860 ausbrechen. Das war hier gerade zuletzt die wichtige Widerstandszone. Und falls das jetzt hier erstmal noch Widerstand bleiben sollte, falls der DAX hier tiefer rein konsolidieren sollte in diesen Abwärtstrend und vor allen Dingen entsprechend dann in diesen extrem wichtigen Support von 15.400 bis 15.450. Da müssen wir insbesondere hier auf diesem Bereich um 15.500 achten. Hier läuft in etwa die 200-Tage-Linie. Wir wissen, wenn der DAX hier drunter fallen sollte, dann müssen wir uns auf eine schärfere Korrektur einstellen. Habt aber bitte auch ganz klar jetzt mal diesen Bereich als wichtige Konsolidierungszone auf dem Schirm. Und wenn uns der DAX aus diesem Abwärtstrend hier ausbricht, hat er natürlich auch. Wir wissen, wie der DAX dann steigen kann, wenn er mal bullische Tendenzen zeigt. Und meines Erachtens ist es hier dieser Abwärtstrend, der uns aktuell unterdrückt. Und wenn der mal überwunden ist, kann es deutlich mehr Aufwärtspotenzial geben. Bis dahin schaut aber bitte ganz klar auf die Widerstandszone 15.7 bis 15.8 und vor allen Dingen auf die extrem wichtige Supportzone. Die beginnt ab 15.550 bis 15.400 in etwa. Bevor wir zu den Einzelaktien kommen, möchte ich dich sehr gerne auf das Aktienvideo von heute Nachmittag hinweisen. Detail Analysen zu Coinbase, Shopify und Plug Power. Wir kommen zu PayPal. Die Aktie heute unverändert mit einer Dolce-Kerze im Tagesschart. Und das ist durchaus für die kommenden Tage ein wichtiger Hinweis, den uns der Markt hier gibt. Das Tief der heutigen Tageskerze ist bei ca. 62 US-Dollar. Und darüber hatten wir ja zuletzt gesprochen, dass wir die Aktie ungern sehen wollen unter 62 US-Dollar. Und das bestätigt sich mit dem heutigen Handelstag nochmal erneut, wo wir sie definitiv nicht mehr drunter sehen möchten, ist unter diesem Aufwärtstrend. Deswegen setzt euch gerade hier in diesem Bereich zur Downside Preissalarme und Kurse von unter 61 US-Dollar. Die möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt definitiv nicht mehr sehen. Ich will, dass jetzt hier die 20-Tage-Linie den Kurs trägt, um hier nochmal einen Leg-Up zu triggern. Die wichtige Widerstandszone, die sehen wir dann beginnend bei ca. 66 Dollar und 20 Cent. Hier ist die 50- und 100-Tage-Linie und das erfordert natürlich, dass wir erstmal ausbrechen aus dem bisherigen Hoch von 64, 20. Und extrem harter und wichtiger Widerstand würde dann kommen, falls ich diese Rallye nochmal beschleunigen sollte im Bereich des Abwärtstrends und der 200-Tage-Linie. Also zur Downside. Jetzt bei PayPal keine Kurse mehr. Heutige Tagesschlusskurse bzw. das heutige Tagestief ist bereits kritisch, falls wir da nochmal drunter fallen sollten. Definitiv möchte ich mit PayPal dann kurzfristig nichts zu tun haben im Trading-Bereich unter 61, 20. Natürlich das hier weiterhin ein interessanter Bereich, um auch langfristige Positionen dann vor allen Dingen ein bisschen aufzustocken. Und nach oben habt bitte ganz klar das Top der heutigen Tageskerze auch auf dem Schirm. Das sind 63, 30. Hier müssen wir ausbrechen und dann vor allen Dingen aus den 64, 20. Und dann das erste Ziel, 66, 40. Und das große Ziel, vor allen Dingen dann auch Impuls, Korrektiv-Impuls, sehen wir dann im Bereich vom Abwärtstrend. Und das sind Kurse aktuell im Bereich von ca. 68 bis 68, 50. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu NIO. Die Aktie heute ca. 3,6% im Minus. Wir sind jetzt aktuell wirklich auf der 200-Tage-Linie. Die läuft hier exakt bei 10,20 Dollar. Und das ist ja auch ein sehr kritisches Level für NIO. Das ist von dem Anstieg, den wir gesehen haben seit den 52-Wochen-Tiefen. Genau das 61er, 65er Fibonacci, die Golden Pocket. Vor allen Dingen hier auch der extrem wichtige Preisbereich von 10 US-Dollar. Das ist wichtig. Da wollen wir definitiv keine Schlusskurse drunter sehen. Wir haben einen Dip erlebt am 29. August. Der ging sogar bis auf 9,45. Wurde dann hier komplett aufgekauft. Hier hatte sich der Markt stark positioniert. Vor allen Dingen auch mit hohem Volumen. Wenn wir vor allen Dingen da drunter brechen, dann muss man mit deutlicher Downside rechnen. Die Zielzone beginnt dann meines Erachtens hier bei 8 US-Dollar. Würde möglicherweise aber sogar erlauben, dass NIO nochmal drunter bricht auf neue 52-Wochen-Tiefs. Vor allen Dingen, wenn sich der Abverkauf dann hier deutlich beschleunigen sollte. Wichtig ist, 10 US-Dollar bleibt ein extrem kritisches Level für NIO. Dann aber hier nicht uninteressant. Denn wenn wir in der Golden Pocket des Anstiegs Support finden, qualifiziert sich die Aktie natürlich auch wieder für einen starken Anstieg. Das wird aber auch insbesondere damit zusammenhängen, wie die Small Caps allgemein performen. Deswegen natürlich auch weiterhin ganz klar der Blick auf den Russell 2000. Und natürlich auch China ist hier mitentscheidend für NIO. Deswegen hier sehr wichtig, die 10 US-Dollar zur Downside wollen wir nicht gebrochen sehen. Das sind hier auch vor allen Dingen die Tagestiefs der letzten Handelskerzen, der letzten Tageskerzen. Hier auch die 100-Tage-Linie. Extrem wichtig. Keine Schlusskurse unter 10 US-Dollar und definitiv überhaupt keine Kurse unter 9,45 Dollar. Wir kommen zum Zahlungsdienstleister Aiden. Die Aktie heute knapp 1,4 Prozent im Minus. Schau dir mal für eine Detailanalyse das gestrige Aktienvideo an. Da wirst du herausfinden, warum die Zone um 700 bis 680 Euro ein extrem wichtiger Support ist für Aiden. Und habe auch definitiv hier diesen lokalen Abwärtstrend auf dem Schirm. Die ist hier extrem ausgebombt und man muss wirklich davon ausgehen, dass wenn dieses Level hier als Support gehalten werden kann, dass das dann hier auf jeden Fall mal für eine Rallye reichen sollte. Zurück in den Bereich 800 bis 830, falls Aiden aus den 800 bis 830 ausbricht. Dann potenziell Aufwärtsmöglichkeit hier sogar denkbar bis in den Bereich zurück um 1200 Euro. Also hier durchaus eine interessante Stelle aktuell. Die Aktie ist im Wochenchart und im Tageschart extrem überverkauft. Haben wir gestern im Detail darüber gesprochen. Schau dir sehr gerne das Video an, wenn du hier weitere Informationen möchtest zu der Aktie und zeichne dir hier lokal auf jeden Fall diesen Abwärtstrend ein. Wenn du den Breakout ziehst, dann ist das hier gut für eine Rallye zurück in den Bereich um 800 Euro. Oder man könnte möglicherweise sogar sagen, hier eine Position zu riskieren mit Stop. Aber definitiv bitte unter den 660 bis 665. Denn wenn sie uns da noch mal drunter rutscht, hat sie keinerlei Supports bis in den Bereich hier von 560 Euro. Aiden hier aktuell sehr, sehr spannend. Wirklich am All-Time 88er Fibonacci und sehr stark hierüber verkauft. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.